Herzlich Willkommen zu meinem WordPress Anwender und Business Kurs. In diesem Kurs wirst du sehr umfangreich in die Webseitengestaltung mit WordPress eingeführt. Du wirst lernen, wie du deine eigene Webseite erstellen kannst. Darüber hinaus wirst du aber auch lernen, wie du das Webseitengestalten mit WordPress ja sogar zu deinem Beruf machen kannst, wenn du das möchtest. Mein Name ist Manfred Sandner, ich bin seit 15 Jahren Webentwickler und ich werde dich durch diesen Kurs begleiten. Du wirst lernen, wie du mit dem Frontend Editor Biver Builder extrem schöne Inhalte im Handumdrehen erstellen kannst. Akkordeons, Tab-Module, Pop-Ups, Formulare, Galerien, Slider, Bildkarussells und Videotools sind nach diesem Kurs für dich kein Problem. Es wird ein leichtes für dich sein, dein Layout mit Asta-Theme anzupassen. Und du wirst dein CI oder das CI deiner Kunden in jeder Webseite widerspiegeln können. Erstelle einen Shop inklusive Bestellabwicklung und Rechnungsstellung mit WooCommerce. Auch kein Problem nach diesem Kurs. Erstelle automatische Backups mit Backup-Buddy und sichere deine Seite und die deiner Kunden mit iTheme Security. Beschleunige deine Webseite zu einer der schnellsten WordPress Webseiten mit WP Rocket. Aber keine Sorge, du wirst für diesen Kurs keinen weiteren Cent ausgeben. Du bekommst von mir eine WordPress Webseite auf meinem Server und du bekommst auch einen Account auf meinem Server. Auf dieser WordPress Webseite werden bereits alle Plugins installiert sein, die wir in diesem Kurs durchsprechen. Und den Server-Account nutzen wir im späteren Verlauf des Kurses, um Datenbanken zu erstellen, FTP-Accounts zu erstellen und so weiter. Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, dass ich wirklich daran interessiert bin, dich zum WordPress Profi zu machen. Schreib dich in den Kurs ein und wir sehen uns gleich wieder. Danke! 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 Danke!